Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sacred of Mana. Ja, wir sind jetzt im Zwergendorf angekommen. Wollen auch gleich mal gucken, dass wir den hier Schmied finden. Ja genau, den Schmied, da bist du hin. Weil wir sollen ja unsere Waffen verbessern. Ah, warte mal, mein Headset rutscht gerade ein wenig. So, da ist der Schmied. Meid gegrüßt, das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Na klar! Oh, der ist okay. Okay, gib her. Ähm, ja. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch. Was passiert hier? Mein Hammer begönnt plötzlich zu glühen. Oh mein Gott. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf mein Hammer übergegangen. Toll. Dann versuche ich jetzt eine Mana-Axe zu schmieten. Komm doch später wieder. Alles klar, jo. So, das haben wir dann geregelt. Jetzt muss ich, glaube ich... Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe echt verstanden, ey. Ja, da ist nur ein Loch. Es wurde auch irgendwo... Irgendwann hat mir doch was gehört von einem Mädchen, das angeschwemmt worden ist. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wo das sein könnte. Da kann ich auch voll mal... Oh ja, genau. Einkaufen ist mal eine Geniale. Das ist eine gute Idee. Wie kann ich helfen? Oh, kauf, ne? Du kannst mir was kufen, ne? Du kannst mir mal hier ein paar Kindchen. Ähm, Bonbons. Vier... Also, ich könnte mich gerade... Ich meine, man könnte mal... Dass ich nur noch vier kommen kann, das ist mir eigentlich neu. Aber wir nehmen auf jeden Fall auch Lebenswasser auf jeden Fall vier Stück mit. Weil, ähm... Das buchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. So, dann können wir auch mal eine neue... Plus-Panzer und... Neue... Ja, aber ich meine... Ne, warte, warte, jetzt bin ich mal überlegen. Ich glaube... Dass wir später noch eins kriegen, was besser ist. Ich bin jetzt gerade überlegen. So, plus sieben Verteidigungen. Das ist doch schon mal hübsch. Plus vier. Weil, Rüstung müsste eine anhaben. Schutzweste. Ja, drei. Und die an. Dann kann man zu. Ja. Warte mal so. Und dann die auch noch im Schnell hier. Das hat sie ja nicht. Aber, wir haben der auch einen Armband gekurvt. Kann der auch einen Armband kriegen? So. Ähm, ne Mütze wäre für die noch nicht schlecht. So, dann gehen wir nochmal hin hier. Ja, ja, ich will mal wieder was kaufen. Ich hab was vergessen. Und zwar die Mütze für die... Schöder-Dame. Äh, gibt's keine Mütze für die Dame. Äh, das ist natürlich blöd. Naja, egal. So, auf Wiedersehen. Dö, 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 dö. Ah, die Musik ist doch genial, oder? Ja, ich find die richtig, richtig gelungen. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich hier dann jetzt gelandet hätte. Was ist das denn, Feiner? Willkommen im Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Schweilung bestimmt schon in wenigen Minuten. Sieh es dir an. Okay, okay. Ich geh in ein Theater rein. Na, ist klar, der hätte ich schon gezwungen ins Theater zu gehen, hier, war. Was ist das? Ist ja eine Frechheit. Ich glaube, dass das hier war. Hm, hm, hm. Reden Sie ein. Das weltberühmte Zwergetheater heißen Sie willkommen. Gleich geht's los. Der Eintritt kostet nur 50 Gier. Äh, was? Oh, ja, okay. Ausnahmsweise. Aber nur, weil ihr es seid. Und weil ich mal eine Axt umsonst kriege. Hoff ich. Ruhe, bitte. Ja, ich bin ruhig. Ähm, Entschuldigung. Meine Damen und Herren. Sehen und staunen Sie. Ein gelber Pogo-Pusche. Zehn gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim, mit Weinen. Äh. Schlauchz. Ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Achso, oh, oh, oh. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmädchen. Jetzt arbeiten sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum. Ey, ich würde sagen, wir nehmen mal einen Schumpfhammer und hauen ihr den auf den Kopf. Dann ist das ganz anders. Helfen die ihr selbste. Nein. Das meinst du nicht ernst, oder? Bitte, helf dir. Nein. Oh. Jetzt muss ich auch 100. Äh. Oh. Dank. Damit werden wir gesund. Vielen, vielen Dank. Irgendwas ist toll an der Sache. Irgendwas ist faul. Ey, du. Sag mal. Dürfen wir was haul, oder? Ja. Wir gehen mal hin und checken das Auto hier nochmal. Das ist doch hier, ne? Wir fangen uns von hinten rein. Und wie war ich überzeugend, oder? Der Typ hat fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Ihr seid Betrieger. Boah. Alte Bion. Er hat alles gehört. Äh. Also. Wir. Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Kobol-Siedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten nur das... Nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Nee. Nein. Komm, gib ihm sein Geld zurück. Hey. Das ist ja langweilig. Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Danke. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Ah, das ist ein Fechtesolöten-Kobolde. Okay. Ja. Nachdem wir unser Geld wieder haben, wollen wir dann nochmal weitergehen hier, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh Gott. Ein Erdbeben. Boah, ein Erdbeben. Was zum... Was ist das? Ja, das ist ein... Was ist denn das? Alter, der trifft das Ding ja. Ich kann das auch treffen, anscheinend. Pass doch auf! Okay, man kann das von hier aus treffen. So wie es den Anschein hat. Das ist reine Sache. Okay, dann weiß ich Bescheid. So was ist zum Beispiel eine Stelle, wo man aufladen kann. Man muss eh mal warten. Theoretisch müsste ich jetzt von hier aus angreifen können. Au, jetzt hat er mich aber auch getroffen. Oh, die ist schon, ey. Aber ne. Der hätte ich ja gar nicht mitnehmen brauchen, wa? Wenn die da eh nix reißt. Warten wir mal kurz, warten wir mal kurz. Au, hat mich trotzdem getroffen, wa? Okay. Okay, 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 okay. Ja, ich hasse das, dass die Begleiter sind so ein bisschen, ähm, beschränkt. Und ich bin verliebt. Und das ist scheiße. Come on, hol mich, come on, hol mich. Ah, jetzt hab ich daneben gehauen. Schon wieder! Und jetzt bin ich wieder verliebt. Ja, verzieh dich bloß. Ich schmeiß mir schon mal ein Bomb auch rein. Ich rege das hier alleine weiter, weil, ähm, 150 Flocken auszugeben, jetzt hab ich ausgegeben dann. Um die wiederzulegen, das wär dann. Finde ich ein bisschen, ein bisschen heftig. Aua. Die Scheiß-Bombe hat mich doch noch hier getroffen. Okay, wieder da hinten. Ich glaube, ich bleibe dir bei den 100% schlägen, weil... Einfach nur so, weil ich's kann. Shit daneben. Babababau! Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie so... So eine... So eine... So eine stachelige Frucht. Mit ein bisschen Ananas gemischt. Und Vogel drin. Würde ich sagen, oder? Ah, shit. Also, guck mal, hier, so. Und da man diese... Diese Ananas-Frucht, wie ich gesagt habe... Ah, ist schon tot. So ein bisschen Stachel und Ananas. So ein bisschen Gebüsch. Stripp und Vogel. Ah. So. Kein Problem. Kein Problem. Kein Ding für den King. Easy going. Und weiter geht's. Genau, und weiter geht's. Lanzen-Ohr behalten. Ah, da können wir unsere Lanzen auch gleich aufpowern. Ich danke dir. Übertreib nicht so. Er wird noch eingebildet. Sei halt nicht still. Ähm. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was Gutes benehmen ist. Deine Lava geht mir auf die Nerven, Alter. Giftzwerg. Drupicalo muss ein Durchgang aus dem Lava-Tempel gefunden haben. Mit den Mana-Samen dort könnte man die Amnesita-Kobalin heilen. Am, 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 was? Egal, auf zum Lava-Tempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Kobalin in den Lava-Tempel begleiten? Okay. 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 Das ist sehr nett von dir. Ja, ich weiß. Ich bin halt ein lustiger Mensch. Hey, alte Socke. Alte So- Ich heiße Draw. Okay, okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Okay. Giftzwerg. Wow. Nein. Shit. Und jetzt habe ich jetzt auch noch eine Koboldin. Wie nennt man denn eine Koboldin? Oh, ich hasse Namensgebungen. Hm, 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 hm. Lass mich landen, denn sie will, ja. Pass nicht. Aber wir nennen die jetzt einfach mal, ähm, weil die anders ist, anzumachen. So, ein Top-Name, oder? Nein, so heißt der Hund von meiner Mama. Und deshalb, ähm, Läuchte nur, hätte ich die jetzt so nennen. Weil wegen Hund und so. Andra, was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Andra schlägt sich an. Alles klar. So, dann wollen wir mal kurz zum, ähm, Schmied. Viel Glück, den Lava-Tempel reicht ihr durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten sucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geh nach Norden in das Hexenmeldchen-Unsuch, Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Au. Das fällt mir ein. Berti, der Schmied, hat dich schon gesucht. Hm, ab zum Schmied. Zum Schmied, zum Schmied, meine Axt, meine Axt, meine Axt, yeah. Axt, yeah. Axt, 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 yeah. Axt, 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 yeah. Es ist seltsam. Ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, ein schöner Boomerang, warte. Ich glaube, halt mal, diese Axt. Ah, wie ich mutet habe. Die Mana-Anagy wirkt erst in deinen Händen. Nur in deinem Sitz wird diese Axt zur Mana-Axt. Eine mächtige Waffe. Puh, jetzt muss ich die auch noch kaufen. Nee, ach komm, gib her, egal. Es gibt auch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie... Ja, naja, sofern du zuvor einen Waffenhob gefunden hast. Jetzt zeige ich dir einen Geheingang nach draußen. Oh mein Gott, das Spiel leckt. So, bis bald. Welche Waffe soll erneuert werden? Es soll erneuert werden, die Lanze. Oh yeah. Okay, alles klar. Die kleine Säulte... ...Fernkampfe verdrinnen lassen. Ja, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Wee! Jetzt sind wir hier... Ach ja, jetzt sind wir hier beim gestiefelten Kater. Genau, ähm. So, dann bewegen wir uns nochmal kurz Richtung Hexenweltchen. Jetzt sind wir eigentlich zu dritt. Unser Team ist vollständig. Und der freche Kobold ist auch dabei jetzt hier, ne? Ach, komm schon. Komm hierhin jetzt, ne? Nein, komm! Ah, ja! Warte. Vorsichtig. Ha, ich hab's geschafft. Ja, alleine spielen ist nicht gerade einfach. Würde ich sagen. Zwei Schlag brauche ich nur noch. Oh, das ist doch immer super optimal, oder? Na, toll. Jetzt hab ich auch noch daneben wieder gefeiert, ey. Ich wollte doch sagen, die können auch mal was regeln hier, ne? Überall glaube ich, der nicht vielleicht den Pfeil und Bogen geben sollte. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser als die ACA Boomerang. Ähm. Boomerang, Boomerang. Ist ich den Boomerang drin oder nicht, ey? Ich weiß nicht, wie genau die damit sind mit den Wachen. Das ist das Problem. André erreicht Level 2. Ah, das wird tot sein. Ey, was verteidige ich denn auch immer so oft, ey? Das ist ja pervers. Die Rüstung zu kaufen, das hat sich doch ein bisschen gelohnt. War das hier mit dem Wald? Ich bin mir gar nicht mal sicher, aber ich meine schon, ja. Die Kleine kann mal ein bisschen aggressiv mit dem Boomerang sein. Die hat schon eine Fernkampfwaffe. Ja. Ha, 10 Schaden. Aber warte mal. Ich denke mal, dass das ein bisschen besser wird. Und du kriegst den Boomerang. Ganz einfach, weil ich das sage. Ist mir egal, ey. Hauptsache, ihr habt Fernkampfwaffen drin und ihr sterbt nicht. Das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Man merkt gleich, die Waffen haben nicht eine sehr hohe Reichweite. Die sind schon wieder Level ab. Junge, Junge. Na, mein lieber Freund. Kannst du nicht wegrennen, wa? Würde mir, das stinkt mich nicht, du. Und die, 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 ähm. Ey. Das ist nicht nett von dir. Jetzt muss ich den Kleinen wieder spielen, weil hier, wie gesagt, die verhaken sich hier ewig und drei Tage. Machen wir den mal ein bisschen an. Schieben wir die in die Ecke rein. So. Das müsste eigentlich reichen, oder? Ah, er hat überlebt. Okay. Wenn wir den auch noch die Dressen, dann passt das. Komm mit. So. Was haltet das denn jetzt? So. Und hätte ich jetzt, äh. Ähm. Hätte ich nicht die eine da jetzt, ähm, vorher mitgenommen, also. Dann hätten wir das Problem haben können. Ey, wieso treffe ich die nicht? Also ich hab's ja jetzt, also Trishy, sag ich jetzt mal, er hat mir Trishy nicht mitgenommen. Oder beziehungsweise er hat mir gesagt, na, ich gehe alleine los, dann hätten wir die jetzt hier bekommen. Dann hätten wir noch gegen so einen kleinen Mini-Zwischenboss halten müssen. Der, ich finde, ziemlich schwer werden kann. Warte mal, ich muss eben gucken. Wie viel schau macht die eigentlich? 30? 34? Die macht wahrscheinlich 36. 37 sogar. Ich glaube, ich schnappe mir die Lanzen mal. Wohl. Ey, ich bleib bei Schwert. Komm mir ja nix so durch hier mit dem blöden Ollen. Da unten ist so ein Auge. Ah, ne, da war ich das letzte Mal, ja. Da bin ich ja fast verreckt. Stimmt ja, das... So war das. Ach, diese alten Drahten, ey. Was ist das denn? Jetzt haben wir hier noch eine Wespe. Mal gucken, ob die da irgendwas hat. Teleporter. Teleporter. Ich weiß ja auch gar nicht, wie groß dieses Gebiet normal war, dass wir jetzt hier... Das sagen könnte jetzt so, da und da bis hin. Jetzt komm hierher doch. Dass ich jetzt genau sagen könnte, ja, so und so weit ist das noch. Mein Waffenlevel ist gestiegen. Auf Level 2. Fett geil. Mal gucken, wie das aussieht, die Attacke jetzt auf Level 2. Warte, ich wollte gerade sagen, warte, die doch mal platt da ist. Das kann doch nicht sein. Oh, ich bewege mich dann mal so lange und ist verletzend. Ah, jetzt verhag dich doch nicht ewig. Dann gehen wir jetzt hier mal nach unten. Ah. Ah. Uah. Na ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Ähm. Die hängt da schon wieder fest. Ah, ist das nervig. Diese echt extrem niedrige KI, das ist grauenhaft. Also, ich find's zumindest echt schlimm. Also. Oh, what the f- Oh, das ist hart, ey. Wieso hat der keinen doppelten Schaden gekriegt? Eigentlich müsste er Doppelschaden kriegen. Ey, der macht mich noch fertig. Ich hab gar nicht vergessen, wie stark die sind, wa? Boah, die haben ganz schön viel Leben, ey. Muss ich sagen. Boah, krass. Andrei ist hinüber, ja. Hier haben wir wieder eine optimale Trainingsstelle gefunden. Wenn wir das Auge nicht töten würden. Oh, jetzt kommt's schon. Ich muss meine Gegner, glaub ich, eben ein bisschen auf Defense stellen, dass die... Ach, meine Gegner. Meine... Dass die nicht so Krawalle und Remy-Demy verursachen. LOL. LOL. Irgendwas hat er die ganze Zeit. Also, das ist... Höh't jetzt mal auf damit! Geht doch. Wow, das war knapp. Na toll, ich bin gezappelt. Ich muss das mal langsam mal ein paar Bomben aus einem Pfeifen hier. Kann ich das überhaupt jetzt? Ja, kann ich. Gut, alles klar. Ein bisschen zu hinten bleiben müssen wir jetzt hier. So. Könnte du dich mal mit deiner Fernauer. Der Ferngampf war von dem da oben. Das ist ja viel praktischer. Steh auf. Und falle um. Ja. Diesmal nicht. Heute nicht. Heute gewinne ich den Kampf. So, endlich im Schloss angekommen. Sei ich an dieser Stelle. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.